Moin Moin ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Dyson Sphere Program. Entschuldigt bitte, ich bin etwas krank, ja, gerade aus dem Urlaub wieder und mir dann irgendwas eingefangen, wie das so ist, deswegen entschuldigt vielleicht, dass ich heute nicht so viel laut spreche. Anyway, ich mache mir mal klein und beim letzten Mal, ja, da haben wir rausgefunden, dass wir ein kleines Problem haben mit den gelben, der gelben Science. Also irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Und es sind immer mehr mit den Problemen, also wir müssen mal langsam ins neue Gebiet rein oder ein neues Universum oder Sonnensystem, nennen wir es mal so. Gelb funktioniert jetzt hier so halb, aber ja, was ich hier eben noch kurz gemacht habe, ich habe mir, ich habe hier kurz nochmal so einen Proliferator, weil den hatten wir da nicht und das ist dann cooler. Irgendwie jetzt funktioniert es auch wieder halbwegs. Was irgendwie nicht funktioniert, ist das hier mit der Kohle. Wir machen hier die Diamanten. Müssen wir noch nicht so viel haben, ey, reicht 2500. Was ist denn hier los, ey? Das müsste sich denn ja irgendwann mal alles voll machen. Na gut, Kohle ist nämlich das Problem. Und wir hatten ja hier nochmal so ein bisschen organische Kristalle. Ähm, die sind nicht das Problem. Ihr merkt hier, das ist es. Energetic Graphite. Und das kommt hier irgendwie nicht ran. Und das ist, äh, ja, Problem. So sieht es aus. Ähm, hab ich das richtige Problem? Ja, hab ich. Okay. Ja, jetzt müssen wir uns mal gucken, ne? Weil wir haben ja hier das Teil, ne? Unsere riesige Energetic Graphite-Geschichte. Es kommt halt auch genug ran, aber es wird halt auch übel zu viel verbraucht, ne? Naja, äh, aktuell läuft es erstmal halbwegs. Ähm, was ich jetzt noch benötige, ist tatsächlich mal, ähm, diese Dinger hier, diese Warper. Wo haben wir die Dinger? Space Warper, ne? Aus diesen Base-Dingern da. Und, äh, da checken wir mal wieder, was wir da so haben. Ähm. Man kann sie aus den, aus der grünen Science machen, aber die brauchen wir halt eigentlich, deswegen will ich das ungern machen. Ähm. Ähm, mhm, mhm, mhm. Die Dinger, Graviton Lenses und aus denen machen wir die Warper. Können wir, aus denen gibt es da nochmal, gibt es direkt Warper? Ne, ne? 9,6 pro Sekunde. Ne, haben wir hier noch was? Oh, hier ist gar nichts mehr drin. 3,125 die Sekunde. Hm. Wie sieht das hier aus? Aus einem Ding, das seht ihr hier, ne? Aus einem Ding machen wir in 10 Sekunden einen, so einen Hopper. Oder aus einer grünen Science machen wir, ach, natürlich extrem geil. Eieieiei, so. Hm. Ich bin über, ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache, ne? Aber hier, haben wir sehr viel Öl. Oh. Ähm. Nehme ich hier nochmal, hier noch irgendwas drin, ne? Oh, da habe ich. Ja, machen wir jetzt mal hier. So, dann. Äh, checken wir mal. Wie machen wir das? Aus den... Uh, Flasher. Das ist ganz geil. Bane Utilization, ne? Dass wir ein bisschen mehr rauskriegen. 3,125. Auch 3,125. Da ist nichts drin. Auch 3,125. Jetzt gar nicht, gar nicht so groß. Äh, ja. Wir müssen halt Kohle irgendwie kriegen. Oder halt direkt die organischen Kristalle, ne? Wie ist es? Wir haben kaum Platz hier noch auf dem, auf dem Planeten. Das müssen wir irgendwann auch alles mal, wie, lösen. Ähm. Die Frage ist, wie machen wir das? Was? Also, warte. Können wir das so machen? Ich muss nur mal jetzt einen Platz finden, ne? Hm. Genau, hier machen wir das mal. Wir haben ja jetzt inzwischen ordentlich von den Dingern hier. So. Mal so. Ist das hier mal weg? Mal hin. Sehr gut. Da haben die Teile gebaut. Von denen habe ich doch auch super viel. Das Problem ist, die brauchen halt immer sehr, sehr viel. Ähm. Schnell. Oh. Aber gut. Wenn es irgendwie läuft. Ach. Lassen wir das hier mal kurz alles ein bisschen machen. Und dann bauen wir hier hinten gleich mal den Warpa ran. Mal gucken, wie die Lenses. Mal gucken, wie die Lenses. Mineral depleted. Schön. Gut. Flight mode. Dann. Mh. Mit diesen Warpern. Die werden wir hier auch irgendwo haben. Glauben wir da? Äh. Haben wir das einfach? Haben wir so. Mineral depleted. Also Warper. Ja. Kann man ja jetzt einfach ganz einfach dazu packen. Mit so einem... Ich suche da nur gerade eine, so einen einen Blueprint. Ja, das sind die Gravitons. Ich, das stresst mich. Minerals depleted. Muss ich auch nochmal aufbauen. Ihr Generic Two-Item-Build. Aber es ist ja eigentlich ein Generic One-Item-Build. Oh, hier 9,6 pro Sekunde. Das ist natürlich auch geil. Aber das ist halt so ein altes Ding. Na gut, dann haben wir jetzt hier die Dinger und dann bauen wir hier einfach, machen wir das einfach so. Nehmen wir hier so ein Ding, nehmen wir hier so ein Ding. Und bauen mal diese Warper. Entwürdig, ich sag's ja, ich bin krank. Ah, Mann, manche manchmal, ne? So, machen wir halt mal so. Und dann machen wir hier die Dinger, Space Warper. Ähm, wir machen bei den Graviton-Lenses 3, irgendwas pro Sekunde, ne? Und... Wenn ich so viel mehr habe, dann haben wir hier 10. Auf der anderen Seite haben wir dann auch nochmal 10. So, wenn ich jetzt hier gucke, ne? Das macht, die Dinger machen das halt pro, alle 10 Sekunden ein. Wenn ich 10 habe, ne? Dann mache ich natürlich pro Sekunde ein. Wenn ich 20 habe, mache ich pro Sekunde zwei. Ich brauche 30. Ähm... Das ist mir hier ein bisschen zu lang. Äh... 30... 6 mal 5. Hm. So, dann geht das da raus. Hier auch nochmal 5. So, mal sehen. Ne, da soll es denn quasi weggeschafft werden. Ah, die beiden, genau. Und dann kann ich jetzt hier nochmal die 5 machen. Und hier. Perfekt. Ja. Ne? Und dann... Die packen wir hier... Mit rauf. Kann ich bei denen eigentlich proliferaten? Macht das Sinn? Das ist die Frage, ne? Mal kurz checken. Ähm... You gain either extra output. Okay, extra output wäre natürlich gut. Na dann proliferaten wir. Warum auch nicht. Und... Ja, output. Machen wir auch mal so. Gut, dann wieder mal hier so'n Dings. Wo haben wir ihn hier? So. Das ist eigentlich nicht so geil, oder? Vielleicht hier. Dann brauchen wir das Ding. Wie machen wir das eigentlich bei den anderen immer? Was? Ich mach das immer falsch. Ja, ja. Okay. Also als erstes den... Äh... Dieses Ding hier. Dann das da drauf. Dann das da drauf. Dann können wir das hier nehmen. Okay. Äh... Pilesorter upgrade. Okay. Okay, so, jetzt können wir das da hin. So, okay. Provide... Provide the wood. So, jetzt müssen wir hier nochmal ein bisschen weiter machen, aber so ist es. Jetzt haben wir erstmal ein paar Warp-Up. Jetzt haben wir hier auch 120 Items die Sekunde, ne? Maximum Delivery. Aber halt auch 144 Kilowatt und die nur 72, ne? Dann müssen wir erstmal das hier, das ein, das ein, das aus, das aus. Die Knochen. Die Knochen. Die Knochen. Es ist schwierig. Iron Veins, Algenomi 2, Roll Veins. Eieieiei. Ja, löst das nun mal. So. Und jetzt nur noch Strom. Und hier, ach guck mal da kommen schon die gesprayten und hier kommen dann die Warper. Na schön. Ah ja, hier ist noch nichts gesprayt. Dann holen wir da nochmal den Spray Kram raus und dann sollte das gehen. Haben wir jetzt hier unsere kleine Warp Maschine hier. 50. Werde ich hier auch nochmal reinpacken. Ich soll immer, meinetwegen immer 100 haben. Dazu müsste ich natürlich die auch nochmal besonders irgendwie nochmal in so ein Lager packen, was ich nicht tue. So. Kommt jetzt hier mal was an. Oh oui, oh wa. Da hin. So. Und jetzt sehen wir hier proliferated plus 25% extra products. Ne 12,5%. Ich weiß gar nicht ob das überhaupt Sinn macht. Wahrscheinlich nicht. Ja, ich verbrauch die ja nicht weiter ne. Gut. Aber wir haben jetzt diese Dinger. Die kann ich jetzt hier reinwerfen. 20. Und jetzt ist das, ist das wie das ist ne. Wir haben jetzt hier echt ne Menge. Kram. So. Gut, jetzt haben wir den Warp ab. Wollen wir mal den ersten Warp machen oder was? Jetzt haben wir hier grün wieder ein Problem. Warum? Weil wir keine Prozessoren haben. Und da haben wir ein Problem. Weil, ja ich will. Immer der gleiche Lachs ne. Es ist immer Mangelverwaltung irgendwann. Hm, was ist das? Immer haben wir diese Sachen. Hier. Hm. Was ist da? Kriegen wir mal hin. Was ist das Problem? Hier haben wir nochmal ein bisschen Sorting. Ja. 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 Ehm. Ovanische Kristalle brauchen wir. Ne. Ehm. Weil aus diesem Kram brauchen wir wo war ne warte mal? Ach, wir brauchen die Kasimi-Kristalle. Jo, jo, jo. Okay, dann müssen wir uns jetzt nochmal angucken, wo wir als nächstes mal hinfliegen wollen. Äh, gelb, ja, gelb funktioniert jetzt irgendwie eigentlich auch ganz gut. Vor allem brauchen wir mal langsam hier Universe Exploration. Bisschen besser. Ach, ja, okay. Ja, uns fehlt halt Kohle, ne? Wir gehen mal kurz rein ins Universe und gucken. Ich glaube, beim letzten Mal hatten wir schon geguckt, wo wir hingehen können. Hier, Alt-Niak. Da haben wir Fire-Eis, Hydrogen und so weiter. Das ist nicht so geil. Was haben wir hier? Yugum. Rudol ist gut, Fire-Eis ist gut. Kimberlight Organic Crystals auch sehr gut. Dreimal Ocean. Sehr viel Titan. Eine Menge Eisen. Kohle 14 Millionen. Schon mal nicht schlecht. Das haben wir hier. Tarf. Tarf. Grating. Kimberlight Fire-Eis. Kohle nicht so viel. Ja. Leuterium Hydrogen. Na, Tarf nicht so gut. Verhalten die Takt, da waren auch nicht so viel. Hier. Yugum. Warte, warte, warte. Also am liebsten Yugum. Yugum ist nicht schlecht. Das könnten wir uns mal... Mal, äh, merken. Kiefer Borealis. Na gut, ist ja jetzt auch legal. Static Might Crystals. Fire-Eis. Grude Oil. Naja, sonst nicht so viel. Geil, wäre vielleicht auch nochmal ein Ozean. Neun Licht hier. Markus. Ach ja. Marco. Das hat mir das nicht. Fractal, Silicone, Grating Crystals, Sulphuric Acid Emotion, Fire-Eis drin. Kohle nicht allzu viel. War das, ne? Und Yugum hat da halt sehr viel Kohle. Na, die beiden. Yugum und... Äh, Dings hier. Die da. Na dann. Wollen wir mal gucken. Ob wir uns da... Was hinstellen. Ne? Was fehlt denn hier ganz stark? Irgendwie hier organische Kristalle. Ähm, was ich auf jeden Fall auch nochmal holen wollen würde. Damit wir hier mal diese neuen Miner bauen können. Weil eigentlich möchte ich jetzt ungern... Ähm... Anfangen wieder mit diesen alten Minern. Und das ist, ne? Sondern das muss jetzt direkt funktionieren. Und dafür... Die haben wir ja schon erforscht. Die nennen sich... Ja... Advanced Mining Machines. Und dazu brauchen wir halt diese Grating Crystals. Das ist das Problem. Die müssen wir uns nochmal holen. Und dann lassen wir davon ein paar bauen. Ähm... Genau. Ja. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Dann müssen wir mal hier... Ich werde das hier schon mal soweit vorbereiten. Und hier machen wir mal die Grating Crystals. Ähm... 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 Remote Demand haben wir hier... 1000 Local Supply. So soll es sein. Freinehmer. Ne... Warte mal. Das mache ich mal woanders hin. Ich muss eh hier ans Ende. Hier haben wir das nämlich schon einmal... Einmal... Was haben wir gemacht? Äh... So. Dann machen wir das jetzt hier. Dann machen wir mal. Keine Ahnung. 3000. Remote Demand. Zack. Zack. Diese Dinger machen wir auch. Hier müssen wir. 100. Ne. Local Demand. Ja. Ich darf schon wieder hören. Low Remote Demand. Low Remote Supply. Let's... Und das mal... Hier hin. Und dann bin ich auch um die Dinger gebaut. Und dann... Die auch gleich hier rein. Das wenn ich hier herkomme. Warte. Ich bin hier... Mach mal hier 90. 90. Hier sind die Dinger drin. Gas Filter. Passt. Okay. So. Was brauchen wir jetzt für die... Für dieses andere Ding? Hm. Ja. Da bin ich mal gespannt. Da wollte ich mal... Mal gucken was für diese Planet Blueprints machen. Ich speichere mal kurz. Wurde hinfliegen. Ja. Ja. Jetzt haben wir hier nochmal... Instruction Speed und so. Aber nicht schlecht. Blocks. Mecha Warp Speed. Kann ich schon warpen? Ja. Wobei was habe ich denn hier für... Das passt alles. Ich habe die Dinger. Ich habe die Dinger. Das passt. Ja. Terry Shields habe ich auch. Ich glaube... Ich brauche auf jeden Fall nochmal so ein paar von den Mini-Fusion Dingern. Denn ich muss mir aber überlegen wie ich halt so einen Planeten angehe. Ne? Nimm es mal so. Warte in dem System nicht auf FireEyes. Das wäre natürlich auch sehr geil. Deswegen werde ich... Ich muss hier nochmal meinen... Meine Maul da. Werde ich nämlich auch nochmal Orbital Collector mitnehmen. Damit ich die dann da auch vielleicht droppen kann. Und von denen brauche ich natürlich auch ordentlich von denen... Von den Dingern hier. Witzig. Warte mal. Wie viel passen in so einen Orbital Collector? Dann werden wir es ja in Marmel gleich nochmal ein paar mehr. So, so, so. Hier, ein paar Mini-Fusions. Dann nehmen wir halt einfach mal die 30. Ich glaube, es ist erstmal okay. Von den Dingern. 5, Interstellar. 10, den. Jo, wo sind denn hier die dicken Dinger hier? Vor dem Collector. Weiß ich nicht, dass ich sie brauche. Okay. Na dann. Achso. Äh. Bevor ich... Bevor es hier auf Reisen geht. Ich habe noch genug Stuff, ne? Ja, aber das sieht was gut aus. Okay. Flight Mode. Cruise Mode. Ne, hier sind die Algenubis. Da ist Marco Stern, ne? So war das. Hier war das Z. Und dann auch nicht. Ich glaube, man hat sich irgendwie so... Hm. Ich konnte mal das Ding jetzt aktivieren. Bin mir sicher. Das war irgendwo. Nicht doof. Also ich weiß es irgendwo. Ich meine, warte mal, war das... Nee. Ja, so. Jetzt ist der Warp. Ich weiß nicht, ich sehe schon wieder da so ein Cluster, glaube ich, oder? Mal los, Marco Stern. Mal sehen, was der da so hat. Ja, hello. Na, da gucken wir mal. Hier ist Marco Stern 1. Das haben wir da. Ach, danke. Haben wir gemacht. Bin mir leid. Practice Silicon. Okay. It is how it is. Ist das nicht allzu viel. Hier haben wir nochmal welche. Ah, das ist der Ice Giant. Und hier haben wir nochmal Fire Ice auf dem Ding. Okay. Und hier haben wir Collectible Fire Ice. Okay. Ja, das kommt. Das machen wir nochmal schnell. Dann haben wir das auch schon drin. Ich weiß nicht, wie viel hier auch einfach umhängt. Um diesen Planeten. Dann haben wir Marco Stern 1 nochmal. Da ist es Sulfuric Acid. Auch geil. Ne? Das allein nicht mehr herstellen zu müssen, ist ja schon ein Sieg. War ja jetzt auch eine Woche raus. Dann muss ich mich erstmal hier wieder so ein bisschen reinfinden. Das haben wir hier. Ich habe zwei um diesen Ding rum. Das ist nicht schlecht. Dann gehen wir jetzt erstmal hier rauf. Ich bin hier Mitte. Ich bin hier nochmal mit den Dingern hier los. Das ist ne? Oder? Äh, kommen da die Dinger automatisch? Nee. Ah. Kann man es holen. 102. Okay. Okay. Aber machen wir erstmal hier weiter. Oh, Drone Engine. Okay. 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 Greatly Improves Graphene. Und das ist ja allein schon großen Sachen wert. Na, erstmal droppen wir das alles und dann fliegen wir das nochmal ab und sammeln unsere Drohnen wieder ein. Also haben wir erstmal FireEyes und FireEyes ist ja schon mal sehr, sehr geil. Und dann brauchen wir die Grating Crystals. Das ist heute noch Ziel. Ja, dass wir das mal so rein das alles holen. A treasure of a universe. Of a universe. Cool. Und FireEyes sollte man eigentlich im Start System haben, ne? Weil du dann halt diese ganze Graphene-Geschichte ein bisschen cooler lösen kannst. Guck mal, ne? Wie viel wir hier droppen auf den Dingern. Riesig das Teil. Noch acht. Seht doch wieder Schatten. Das ist so krass, ne? Wie groß diese Gas-Giants sind. Na gut, da ist ja im Namen drin. Wir haben nur noch fünf. Vier. Komm ich gar nicht rum, oder was? Hey, zwei. Ich hab nur noch einen. Wie viel fehlen denn hier? Es fehlen noch mindestens eins, zwei, drei. Ach du Kacke. Das war dann ein bisschen blauäugig von mir. Da fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Sollen wir mal jetzt mal hier so raufgucken, ne? FireEyes, Hydrogen, wird alles schön gesammelt. Machen wir jetzt hier schnell nochmal fertig. Hätte ich, glaube ich, auch direkt so machen können. Also, FireEyes-Produktion am Start. Und können Graphene dadurch halt ein bisschen weiter machen. Wir brauchen natürlich Warper, ne? So. Aha. Wie war das hin? Da fliegen auch noch ein paar Drohnen, da muss man aufpassen, dass man die wieder mit einsammelt. Wenn du immer denkst, hast du alles. Mich mag kurz interessieren hier, Production FireEyes, 811 die Minute, das ist schon mal nicht schlecht. Das ist ganz geil, das ist halt eine unendliche Ressource. Hier noch 1150 Minute, schon nicht schlecht. Okay, jetzt haben wir es. Warte noch mal ganz kurz, bis meine Jungs da wieder ankommen. Kannst du dir auch angucken. Hier, wo sind sie? Instruction Drones, ne, dann haben wir auch Drones, 10 von 12, 2 fehlen. Und die können 4 Tasks machen. Müssen wir kurz warten, bis die wieder am Start sind. Da kommt die erste. 11 von 12. Boah, jetzt ist das immer Payne. Ich weiß auch gar nicht, was passiert, wenn du die quasi da lässt. Ob die nochmal irgendwann hierher kommt. Ob die jetzt einfach weg ist. Hallo? Boah, haben wir die aber verloren, ne? Na gut. It is how it is. So, dann. Gehen wir jetzt mal auf den nächsten. Einige Planeten. Ja, guck mal hier die zwei, ne? Marco Stern. Aber auf dem, glaub ich, müssen wir, ne? Oder? Sieht halt aus, ne? Eis-Ozean. Du hast hier so Hopper, ja. Übrigens, je weiter du am Rand des Universums bist, desto größer sind halt auch diese Reserven. Hier haben wir Fire-Eis nochmal drauf. Ja, okay, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir haben viel Titan, viel Kupfer. Aber, ne? Sehen cool aus. So, und dann gehen wir mal hier zu dem. Okay. Hier haben wir die Grating-Pistals. So, die suchen wir uns jetzt mal. Und aktuell gibt's hier auch noch keinen Dark-Pog. Wo sind's da? Hier haben wir nochmal Timber-Light. Wo sind die Grating-Crystals? Die, das ist meist auch nur ein, ein Vorkommen. So. Das brauchen wir. Ich hab nämlich auch keine Lust, das mit diesem Mining-Machine-Zimmer weiterzumachen. Hier müssen wir es leider noch machen. Yep. ... So. Ne, nur Fire-Eyes, auch nicht schlecht. Dadurch, dass wir halt den Giant haben, dann brauchen wir jetzt nicht mehr. So, Items. Die Dinger. 300. Und dann wollen wir hier nochmal ein kleines Mini-Fusion mal 30 auf und hier dann die Grating Crystals, Remote Supply und so weiter. Okay. Dann nehmen wir hier nochmal, keine Ahnung, die 10. Das war also nicht hier. Funktioniert natürlich auch nicht. Und da haben wir es. So, haben wir hier noch irgendwelche Warper? Haben wir doch eigentlich 19, sind der Rest der Warper weg? Hm. Okay. Ja, dann müssen wir das natürlich entsprechend auch in der Remote Demand, Remote Supply, und das läuft. Dann müssen wir jetzt zusehen, dass wir dann entsprechend auch Deuterium hierher kriegen. Sonst sieht es hier nämlich mau aus. Gut. Vielleicht sehen wir heute schon das Erste. Das ist der Link ist da. So, wo ist Algenubi? Ah, da. Marco Stern, Sagittari, Algenubi. Warp Engine aktiviert. Warp Engine aktiviert. Cruise Speed. Ah, 12 haben wir jetzt. 12 aus. Das geht schon mit den Nichtjahren. Die Mineralräume sind schneller geworden. Mineral depleted. Mineral depleted, ne? Mineral depleted. Mineral depleted. Der Dark Hawk Communicator. Warp Engine deaktiviert. Ah, da ist es. Na dann. Warp Engine deaktiviert. Warp Engine deaktiviert. Warpen. Na, geile Sache. Cruise ended. Flight mode. Ähm, okay. Mineral depleted. Wir könnten jetzt natürlich alles auf FireEyes umstellen. Mineral depleted. Boah, das ist sehr painful. By the way. Ein Kollege hat reingeschrieben, ich soll hier nochmal was umstellen. Bei der roten und blauen Produktion. Da haben wir nämlich hier ein blaues. Danke für den Hinweis. Rot. Baddies. Gut. Ähm. Ist auch alles voll. Gelb ist da voll. Tipptopp. Jetzt haben wir nur noch grünes Problem. Ähm. Gut. Was wollte ich jetzt hier machen? Great Increases. Genau. Wir haben hier eine Deuterium Produktion. Ne. Das müssen wir hier leider mal. Und auch für alle. Das Ding hier, ne. Supply. Das passt. Dann müssten wir. Das auch nochmal. Ja. Wie soll ich sagen. Einmal. Zur Verfügung stellen für den Rest des Universums. Ja. Jetzt ist irgendwie gelb läuft hier ohne Ende. Nein. Äh. Achja. Organic Crystals müssten wir auch nochmal holen, ne. Das ist ja das eigentliche, weswegen wir hier los sind. Ja. Hier ist das. So. Dann machen wir das hier mit den Dingern hier. Deuterium. Remote Supply. Auch hier Local Demand Remote Supply. Passt auf. Dann machen wir das hier auch. 1000. Dann machen wir hier Local Demand. Und dann. Sollte das gehen. Und. Habe ich jetzt schon von den Dingern was? Das wäre ziemlich geil. Das will ich nämlich gleich mal. Ach. 13 Stück schon, Leute. Geil. Okay. Das will ich aber nochmal. Das will ich nochmal checken. Nehmen wir mal hier diese ganze Cool Scheiße, ne. Probieren wir das mal hier. Mining. Das Teil. Hm. Wir können noch mehr Veins und Transport oder Logistik Groans in addition zu den Bahyiere Belt. Und auch Ändristi Mining Speed. Du kannst auch die Mining-Speed in Konfigurations adjustieren. Eine schneller Mining-Speed bedeutet höhere Power-Konsumption. Aber guck es dir an. Das ist das, was ich immer haben wollte. Dinger hier, kommt sofort der Shit raus. Ach, wir haben auch noch mal Kohlen. Und so kann diese ganze Kacke hier alles weg. Äh, habe ich hier Kohle? Ja. Ach, das ist, das ist wirklich cool. Das ist das F2, ne? Aber auch nicht, doch, alles. Geht. Was ist denn hier los? Kommt ja gar nichts mal raus. Dann machen wir hier nochmal Öl. So, ja genau. Und jetzt machen wir quasi im Prinzip ist es das, was wir halt schon immer jetzt machen wollten, ne? Ja. Komm Scheiße, mal weg. Too close to another Logistics Station. Ich verstehe. Hier, ne? Eine Iron-Mine. Okay. Das lass ich hier nochmal ab vom Links. Das kann halt ein Miner machen. Die zweifeln mir aus. Aber das ist natürlich... Aber das ist natürlich... Ich glaube, die meinen halt auch immer... Ähm... Quasi wenn, wenn so ein kleines Ding hier, ne? Also so eine, so ein Böppel da weg ist. Dann kommt auch schon diese Nachricht. Ja, 45 die Minute Mining Speed all lost 73,4. Das heißt, wir kriegen mehr raus, als wir da... Und hier haben wir auch nochmal Schwimmkohle. So muss das sein. Und so wollen wir das halt jetzt hier quasi immer machen. Ne? Mit den Dingern. Da können wir dann halt auch sehr viel dann... ...lösen. Hier haben wir zum Beispiel Graphene. Aus dem und dem. Machen wir jetzt aber nicht. Wir, und das machen wir auch nochmal, bauen hier nochmal einfach so ein Ding hin. Oder was? Ja. Das ist mal so eine große Station. Und sagen wir hier, oder? Mach mal Feier Eis. Ja, hol dir das mal. Machen wir das? Remote Demand. Und hier nochmal die Warp dabei. Und dann kann ich nämlich aus... ne? Fire Eis. Ganz einfach. Haben wir ja hier das Rezept. Ähm. Einfach, ne? Aus Fire Eis machst du Graphene. Und das. Und ich weiß gar nicht, wie viel wir hier haben. Aber das mache ich jetzt mal alles... Mal weg hier. Und lass hier mal Fire Eis. 1000 Zahlen. Dann kommt der Zahlen. Dann muss man das hier mal kurz leer machen. Mal sehen. Wenn man so viel umstellt... Oh, ich komme aufs Fahrzeug schon wieder, äh, fast eine Stunde. Das werde ich hier nochmal umstellen. Aber, ne? Fire Eis. Regelt. Regelt ein. Müssen wir mal gucken, wie wir das hier machen. Hier. Hier. Nochmal. Fire Eis. Demand. Und dann machen wir hier das Reck. Und nehmen das... Das Ding. Refill. Hier gibt es auch nochmal extra... ein Bild dafür, ne? Ich will es jetzt aber erstmal nochmal so probieren. So. Mal sehen, ob das hinhaut. Nur 6000 kommen. Oha. Oha. Da bin ich mal gespannt. Da kann man ja auch richtig mal gucken. Ich bin mal gespannt. Da kann man ja auch richtig mal gucken. in den nächsten Mal. In den nächsten Mal. Wird ja mal... Jetzt wird schon gewarpt. Genau. So. Jetzt haben wir hier das. Und hier. Das raus. Und hier. Das. Ich bin mal gespannt. Das sieht erstmal gut aus. Und so sparen wir uns halt auch wieder Graphene rein, ne? Acht. Ach... Scheiße. Hyrgene. Ach. Ah... Okay. Acht. Ich muss das, ich muss das wegkauen. Es wird jetzt eklig. Oh, ne? Cool, oder? So, jetzt nehme ich noch mal ein paar Battle Bases. Ja, hier ein solches Ding. Den ganzen Scheißen mal weg. Gesammelt wird. Da haben wir hier noch mal, ich glaube, Intermediate, ne? Graphene 40 pro Sekunde, FireEyes 48 pro Sekunde. Ja, da haben wir hier mal die. Hier haben wir es nicht. Hier haben wir Carbon Nanotubes, da ist nichts drin. Remote Demand. Ah, das kommt schon direkt ab. Ist ja okay. Dann haben wir hier noch die Warp-Up. Dann haben wir hier noch die Warp-Up. So, wie sieht das hier aus? Das hier ist wirklich eklig. Nehmen wir noch mal FireEyes raus. Das kommt da rein. Rufin auch gleich da rein. Das hier geht auch runter. Das funktioniert ganz gut. Wir haben hier diese 30. Ah, ich muss auch mal diese Dinger hier bauen. Ich weiß nicht, wenn das eingesammelt wird hier. Aber so haben wir auf jeden Fall gut Graphene. So, wo haben wir denn da hinten? Was ist das? Sulfur? Sulfuric Acid? Oder so? Wir haben leider auch sehr viel vergessen. Was mache ich nur damit? Löschen? Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir müssen schneller gehen mit dem FireEyes. Oh, kommt doch jetzt ein bisschen was an. Jetzt haben wir hier noch sehr viel. Und nochmal Hydrogen hier raus. Das kommt auch nochmal da rein. So ein bisschen aufholen zu lassen. Das kommt ganz schön durch. So. Was kommt da rein? Bisschen viel, aber alles haben wir jetzt. So. Okay. Tut jetzt soweit ganz gut aus mit dem Graphene. Hier liegt aber halt auch noch sehr viel. Frag. Woll. 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 Aber da muss ich einfach mal so ein. Antigenen werfen. Und sagen so Fulfuric Acid. Guck. Woll. Woll. Wollt sie kein zu scheiß da reinwerfen. So viel. Frag. Es muss aufgeräumt werden Leute. Es geht nicht anders. Es muss aufgeräumt werden Leute, es geht nicht anders. Nein, go for it. Aber das sieht euch jetzt gut aus. Gut. Da ist irgendwie noch ein Problem. Oh. Irgendwie auch nicht. Okay, gut. Dann geht es aber ab. 48 hatten wir davor. Graphene wird jetzt aber richtig benutzt. Okay Leute, aber Rest beim nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Wir sind noch beim nächsten Mal. Dann bin ich hoffentlich auch wieder fitter. Entschuldigt bitte. Ich weiß auch gar nicht, wie die Soundqualität ist. Aber Leute, nochmal Entschuldigung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschuldigung. 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 Tschuldigung.